die jaja leute dann auch noch mehr hoffs zusammen mit markus der ist gerade leider noch minimal hfk aber der wird wiederkommen aber nicht mehr ganz schön sicher und da läuft schon erste und da haben wir im double first blood gezogen nächste mal ab zeigt mir angehen blende da hier direkt schon bald werden sie in meiner ganzen herrlichkeit strahlen jaja leute hier hier die tempel sind von meiner magie erfüllt wenn dann lasst keinen dieser elenden sterblichen in ihre nähe die bösen ich bin jetzt ich bin gegen den oberen ja gegen den hier aber irgendwie elektrische über mich aus von mir mal ein bisschen rum das hat gerade auch eine elektrische ok dann sind die server lags zu viel so jeder hat einen tower auf den gegner gejagt Teile, ein Teile, ein Teile Oh! Nö, es wird nicht Nö, die hier sind gekommen Atom, hände mir Ja, rennt ihr ein Stück da rechts Fuck, alles klar, der hat Hobbys Ja, der hat der Oh fuck Oh shit, ich muss ab Oh! Ja, jetzt ist der Fuck Ja, das ist echt fucking shit Der ist etwas Mega krass Ja, ich sag ja gut, ich bin ja am Over-D, ne Ähm Yes, nein! Den hätte ich, alter Werbung Yes, oh no! Oh! Alter, das ist nicht wieder aus deinem Graben Alter, was war das jetzt? Oh Gott, ich hab die What the fuck Zwei Ferngämpfer, das ist schwul Ja Weil die eine kann die Türme alarm legen, das ist noch viel schwuler Ja Ok, der untere Turm Der ist fast wichtiger Zielen Ja 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 Sollen die nächsten Startups? Aber wir haben den kompletten Tower eingenommen. Die kommt jetzt. Ja, ich weiß, da ist auch noch der Fucker Serratul dabei. So, Serratul scheint sich verzögert zu haben. Mach mal das Lager mit mir. Ja. Halt. Wir sind schon noch ziemlich buff. Oh, Kelters braucht Hilfe. Ich kann hier noch nicht helfen. Ich muss hier nachher nur backen, glaube ich. Kelters fliegen. Oh, Probleme. Oh ja. Vorsicht, da ist Dings dabei, ne? Sert euch was. Sert euch was. Achtung! Wir sind dabei. Jaaa, die haben jetzt die Ulti bekommen. Genau in dem Moment natürlich. Und mir direkt Drainers Ulti reingedrückt. Das ist schul. Alter. Auf wen stürze ich mich als nächstes? Ich will grapen. Ihr habt einen. Hallo. Okay, wir holen uns das untere, das obere kriegen wir nicht. Jaaa. Ihr seid nicht unbegah. Das muss wieder zu sein. Ein Vor ist gefallen. Da oben. Was tut der da schon wieder? Nein, ich habe ihn mit dem Leben gerettet. Aber jetzt bringt das dich wahrscheinlich um oder so. Ich kenn den, der. Dieser Kelters, ne? Also Kelters ist ja bei uns grad nicht so der Boss. So, jetzt müssen wir uns eigentlich Brust holen. Wir sind von der Macht meiner Quartier gestohlen. Nun kümmert euch wieder um euren erbärblichen Krieg. Ah, Kelters, Alter. So ein Mongo. Rückzug. Warum Rückzug? Ich will nicht Rückzug. Ich will den noch klapp machen hier. Das Lager muss uns gehören. Von hinten. Und jetzt weg hier. Geh weg, 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 weg. Da kommen... Vier Stück. Also dann! Oh, da ist Serratul, der Wichser. Der ist hinter mir. Oh, Kelters, ne? Was machst du? Serratul ist hinter mir. Er war jedenfalls in der Gutenzeit. Den Uch doch. Alter! Der Gegner hat sogar wieder gerissen! Er hat den G completing ein Talent, ich habe es driveriert,行. Mann, das macht Spaß! Hat der Wehner sein. Das Licht der Sonne in den Tempel wird stärker. Dann sag ich jetzt auch vor. Wollen wir da vielleicht doch noch runter? Ich glaube nicht, dass die alle da sind. Die haben einen Boss gemacht. Ich sag's ja nicht seit zwei Minuten, ne? Das ist jetzt richtig Mongo, weil jetzt müssen wir eigentlich zurück. Weil der Boss-Grave geht's mir nicht. Oh, die machen auch noch die ganzen Lager um uns rum. Fuck that. Kommen die. Okay, wir haben das Lager jetzt weg hier. Okay, ich bin tot. Ich hatte ja auf einmal fünf Stück an mir dran, weil irgendwie alle von uns gegangen sind. Wir haben alle dann vorbei. Zert, hörst du nix an. Pause? Na gut, wenn's unbedingt sein muss. Auf wem stürze ich mich als nächstes? Das ist schon besser. Was? Am Mann, wir sind schon in Zitadele. Wele dein nächstes Talent. Auf geht! Da ist ja was für ein Damage-Deal. Ähh. Worauf warten wir? Ja. Nice one. Oh, und da kommt auch noch die nächste Ulti rein. Ah, okay. Okay, hier, 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 hier. Das ist so toll. Ja. Das war's für heute. Das ist ja normal, was die hier abziehen Alter, obwohl ich das meine stärkste Heilung angeschaltet haben, haben die mich in 2 Sekunden einfach komplett gekillt, aber die sind auf 3 Level schon wieder über uns, das war einfach schon wieder wegen so Leuten wie Keltas, möchte ich bemerken, und ich war auch nicht für die Runde, aber ich habe meine Fähigkeit eindeutig ausgelebt als Tank, und ich war positiv, krass, ich schüss, ja, Ich nicht Ich war positiv, Alter What the fuck, naja, Leute, ich würde sagen, wir sehen uns das nächste Mal weiter, folge um bis dahin, servus und ciao Deleu Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal Bis zum nächsten Mal